Die Leute haben mich gefroht. Was musst du zu Uganda? Uganda? Wo hast du die überhaupt? Ja, ich sitze im Auto. Dass du das richtig war, ich weiß jetzt einfach nicht. Wir sind seit Stunden lang auf der Straße in der Wehe. Ich wollte das unbedingt machen. Es war ein Abenteuer, also ich muss schon ewig ein gewollt erfüllen. Die ersten Wehe. Das ist eine andere Welt. Ob ich das heute gewinnt sind? Ob ich krank werde? Das war es. Ich bin vollfriedig. Und es wird schon nicht so schlimm gehen. Was soll denn das für große in Afrika geschehen? Was soll denn das für große in Afrika kommen? Was soll das für große in Afrika kommen? Was soll das für große in Afrika kommen? Ja, ich bin echt krank. Ich bin echt krank. Ich bin echt krank. Und daこう. Ich bin echt krank. Ich bin echt krank. Ich bin echt krank. Lähne über pintmen. Ich bin echt krank. nämlich keine coolen Färception. Ich bin sehr krank. Ich bin echt krank. Wenn ich schreibe Katten? Ich bin mein Shit in Jouw Hurl Um der Pols rock ich Techno Blue Blood, Gucci, Riem als mein Bang Bro Fixed Pitches in der Metro Where is je huurbak, Bitch? Bin diese week pro Kann doch? Sonst bin ich skier, man Wann ist sie praten, geht es gut Wann ist sie haten, geht es gut Wann ist sie haten, geht es gut